So, sorry, da hat sich der Server kurz verabschiedet. Passiert auch mal. Ich seh den sowas aber auch immer noch vor mir. Oh dear, ich seh dich nicht. Hinter dir irgendwo muss, über dir muss mein Name sein. Da, warte, ich... Ach, da ist er. Du bist unter mir? Ja. Ja, da ist... Hallo, muss ich da runter? Kannst du runter, wenn du willst. Nee, du musst hier hoch, das ist nämlich dieser große Erdbereich, wo wir herkamen. So kommen wir nämlich wieder auch raus. Boah, magic. Oh. Ja, und ne, hier wird es nicht. Wo geht's lang? Hier. So, wo dann mal, hey, halt. Das sieht so aus, als wir gern gesehen haben. Kupiitsch. Kupiitsch, kupiitsch. So, ja, hier ging's lang. Hier, hier, hier. Ja, wir kommen raus, wir kommen raus, wir kommen raus, wir kommen raus, ja, ich häng mich gleich mit dem Spumleben. Äh, er hängt sich gleich. Hm. Ich weiß, es ging hier nicht irgendwo hoch, hoch. Nee, wir müssen uns hoch bauen. Oder wir bauen jetzt hier einfach mal einen ordentlichen Aufgang hin. Mit Leitern und so. Äh. Nur so Wendeltreppenartig. Das will da auch gehen. Aber ich will da hoch. Jetzt kommt ein Skelett und schießt mich runter. Äh, ich hab's geschafft. Melonenkerne nach Hause gebracht. Drei Diamanten. Äh. Und nur einmal gestorben. Alter. Äh. Zuhause, zuhause. Na, Hundi? Ja, bist auch wieder froh, ne? Jo. Kno mich nicht so an. I. Vorpiums Zauberkiste Jemand hat echt richtig hinter das Mikrofon Das war Franz Ich wollte das Gesicht gerne mal sehen, wenn du das gelesen hast Vorpiums Zauberkiste Neun Diamanten Ich verabere dir die Kohle erstmal zur Kohleblöcke Drei Gold habe ich auch noch mitgebracht Die Melonenkerne habe ich erstmal da vorne in der Krümpelkiste abgelegt Der sonst dick ist Ich bin jetzt Level 40, das ist so dumm Bringt nix Wir haben 64 Stack Kohleblöcke Wir haben jede Menge Wettstorm Mit Wettstorm könnten wir eigentlich auch mal irgendwas bauen Aber mal schauen Gut Riesen Computer Markus kommst du hoch für Aufnahmepause Auf Warte Warte Es ist Ich bin jetzt Höhe 40 Ich könnte mich hochbraben Ja, schlange du dann pünktlich hier bist Ich guck mal was man am Haus so verändern kann Was ist denn pünktlich? Könnt ihr erstmal fertig bauen, das können wir verändern 45 45 hoch sein Weißt du wie viele Schienen wir haben? Viele Ja, viele Ähm Ähm Zombiefleisch gehört nicht in die Krümpelkiste Doch Nein Zombiefleisch gehört in die Mobdrops-Kiste Alter du Ach Scheiße Ein effizientes Lagersystem ist ja Schlüsselzaufe Wir stehen hier einfach zu viele Kisten und zu viele Kisten übereinander Ja Du hast noch nicht meine Lagerhäuser gesehen Du hast meine Lagerhäuser schon gesehen? Ja hab ich Ja Deswegen wundere ich mich nicht über deine Verwirrtheit Schätze der Erde Ja, mein Lagersystem funktioniert immerhin System, nenn es nicht System Das ist Das ist Das ist Vielleicht nach 10 Minuten guckst du mal was ist da alles drinne Dann schreibst du die Schilder entsprechend Da bist du schon wieder ehrlich Nein, das ist wirklich Das ist kein System hinterher Aber halt Als wir es so eingelagert Wie es sein soll Mhm Ich ernte mal Ach du erntest? Wie kannst du nur? Ganz einfach, indem ich die linke Maustaste gedrückt halte Und durch das Feld durchrennen Danke für deine Weisheit Mhm So Wir können die Melonenkerne eigentlich auch direkt einpflanzen Aber So Nicht auf so ein Feld, dann mach mal ein extra Feld Ja Das hatte ich auch vor Der Mann spitzhacke Irgendwer ist über Kohle drüber gelaufen Äh über Gold drüber gelaufen Und hat auf jeden Fall zwei Sacken platziert Ich glaub das war dann mein Fehler Wieso rennst du denn einfach über Gold rüber? Weil ich nach oben wollte So nach dem Motto, hm wir müssen jetzt mal Gold suchen Hier Goldblock halten wir eben die Fackel, ich suche mal Gold Ja Nein Alter wie viele Schienen wir haben Mh Das sind die Melonenkerne Die Kürbiskerne, darum kümmert sich Voraufjom, er wollte ja Schneemänner Ne? Ja Ja Dann geh ich erstmal unsere Kühe vor vielfältigen Ja Du bist auch so ein Tierfetisch, ne? Ah Fetisch Ja Fetisch 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 Alter da steht schon wieder ein Skelett Das Wildbeef Ich sehs Fetisch 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 Ach den hab ich jetzt erst geschickt Fetisch 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 Wollte Brot essen Fetisch 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 Auto Fetisch 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 Fettiert Fett Bogen als ein Rare-Draw. Ja, wenn sie nicht komplett angeknackst werden. Um nicht zu sagen, vollkommen durchgebrochen. Äh, am Anfang waren die mal, äh, noch gar nicht mehr. Ja, noch nicht beschädigt, ja. Jetzt sind sie leider beschädigt. Ja, gut, machst du das. Hallo, Kühe. Wenn die denken sich, ach du Scheiße, was wir lernen jetzt. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Noch viel Fälligungszeit. Vielfältigt euch. Los, Klonarmee. Und hier hinten die Kuh, die hängt in der Ecke fest. Oh, Kühe. So, die Nachzucht hat begonnen. Ich hab mich grad gewundert, weil ich das Achievement nicht gekriegt hab. Das Achievement gibt's ja noch gar nicht. Ich hab's gemacht, dann passt das auf jeden Fall. Ineffizient. Professionalität. Ehh. Neh. Professioneller. Ähm. Professioneller. Nachher. Wir können keine Franschen brauchen. Ich konnte mal. Was? Ich hab Französisch in der Schule und es gibt Leute. Die haben in meiner Klasse, die haben das nicht. Und die können das besser als ich. Und nicht weil die da irgendwelche Stunden für nehmen außerhalb der Schule. Sondern einfach, weil ich auf dem Stand eines Fünfklässers bin. Und ich das erst in der sechsten Klasse bekommen hab. Also. Na gut, ich hatte auch vier Jahre lang Russisch. Ähm. Wenn du mich Russisch reden hörn würdest, würdest du denken, ich hab gerade erst damit angefahren. Bei mehr als das Alphabet kann ich auch nicht. Ach, vier Felder reichen erstmal. Hoch. Oh, ich bin sogar wieder auf Diamanten hoch. Ich bin jetzt auch für 16. Darf ich das los? Hast du mal einen Kern da geklaut? Ne hab ich nicht. Dann ist der eine weg. Hä. Egal, haben wir nur zwei halt. Ist der bei dir ins Inventor rein gewandt? Äh. Der Beginn. Ach egal, haben wir zwei rechte auch. Hauptsache, wir haben welche. So. Bist du jetzt oben, Markus? Markus? Ne, aber ich bin jetzt wieder auf 14. Alter. Wir wollen Folgenpause machen. Äh. Pause oder Ende? Folgen, Ende. Session. Session, Ende. Session, Aufnahme. Ende. Ende halt. Weil. Ich muss mich ja weiterbilden auch. Oh, hier geht's noch höher. Wasserrutsche. Wie mein Hund auch jetzt immer in das Gehege kommt. Das ist gerade. Ähm. Lalalala. Und diesen Hacker. Ich hab ne Wasserrutsche gebaut. Ah, jetzt darf ich das mal neu ausleuchten. Die hauen mich, wenn die hier sehen, was ich mache. Und ich bin gleich da. Ich bin durch. Wenn ihr was entgegenkommt, ich weiß nicht. Oh, ich bin. Ich bin. Vielleicht zu Hause. Oh. B6T. Ach da. Ach, wieso kommst denn Daron? Boah, ne ey. Wer haut da den Hund? Wieso haben wir hier oben? Wieso wir hier oben zwei Räume haben? Hier zwei Schlafzimmer. Damit's von der Zimmeraufteilung 7. Trisch wird. Und hier ist ein ganz großer, das ist meins. Ja, komm. Ja, komm. Hier oben können wir noch mehr Räume reinsetzen. Wieso nicht? Dritte Etage noch? Ja, machen wir auch noch. Wie gesagt, wir bauen uns so ein Palast. Palast? Also so ein Imperium. Ein Todesstern. Der Todeswürfel. Also gut, dann würde ich mal sagen, machen wir hier ein Folgenpäuschen. Genau. Jetzt direkt. Ja, jetzt. Es sieht witzig aus, wie du hier vor dem Öfen stehst und guckst ihn einfach nur beim Brennen zu. Ich auch. Darf ich das nicht? Nein. Wie einig ihr euch auf einmal seid. Das sind wir im Zimmer. Also. Ja, was haben wir die Folge geschafft? Wir haben ein bisschen am Haus gebraucht. Wir haben. Wir haben. Wir haben Diamanten gefunden. Ich glaube acht Stück. Wenn wir jetzt neun haben. Ja, acht Stück haben wir gefunden. Wir haben ein bisschen Gold gefunden. Wir haben Melonenkerne gefunden. Eigentliches Ziel war Gold zu sammeln, aber. Ich hab ganz viel doll gewonnen. Ja, gut. Und wie gesagt, wenn ihr beim PvP Special dabei sein wollt, ne Kommentare damit. Schreibt es schon die Kommentare. Benutzungnahme und Passwort natürlich. Ja, Passwort ist ganz wichtig. Ja, Passwort ist ganz wichtig. Konto-Daten bitte. Konto-Daten bitte. Kreditkarten-Nummer und Pin? Haben ihr überhaupt Pin? Kreditkarten? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Kreditkarte. Ich hab nur Paypal. Keine Ahnung. Oh, hast du nur Paypal? Oh, ich nehm mal die ganzen Bögen, die Redrops und mach da raus ein paar ganze Bögen. Brauchst du dafür nicht einen Amboss? Nein, die kannst du einfach so ins Inventar. Ah, wusste ich gar nicht. Ich werde mal gucken. Also, wie gesagt, wenn ihr beim PvP Special dabei sein wollt, ab in den Kommentare damit. Ja. Guck mal, jetzt haben wir zwei fast ganze Spielvorschläge, Verbesserungsvorschläge und so weiter. Wusste ich auch noch gar nicht. in die Kommentare sowie Feedback. Besonders Feedback. Darüber freuen wir uns immer wieder. Ähm. Ja. Dann war's das auch schon wieder für diesen Moment. Auf Wiedersehen von Renel P. Sowas aber auch. Und Voropium. Ciao. Ich will die gar nicht wiedersehen. Ja, Voropium hat... Ja, Saka. Dem ist ein Stein auf den Kopf gefallen. Also... Tschüss. 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 Los, los. Vielen Dank.